Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Lucida und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Hauptkanal hier auf YouTube. Ich mache hier seit 2019 Let's Play Videos zu verschiedenen Spielen, nämlich vor allem Transparenz 2 und das seit über zweieinhalb Jahren jetzt. Ich bin eine Profi. Das müssen wir scharf im Auge behalten, würde ich sagen. Oh, Eduard. Okay, unser Eduard steht jetzt nahe genau hier mit Pullman-Wägen. Ah, ich würde auch gerne sein, ich fahre. Aber es gibt auch Videos zu anderen Spielen zu sehen, darunter Story-Spiele, darunter Open World, darunter weitere Auffausspiele und noch andere mehr. Gibt es überhaupt noch andere? Also du findest hier alles mögliche auf meinem Kanal und die Videos, die du hier siehst, die sind in der Regel ein bisschen zusammengeschnitten. Die Länge sollte nicht länger als maximal 30 bis 40 Minuten gehen, wenn du mehr von mir sehen möchtest, wenn du längere Videos von mir sehen möchtest, dann solltest du auf meinen Zweitkanal gehen, den ich hier oben irgendwo verlinkt habe. Lucy the Reloaded heißt der. Und dort gibt es eben Videos, die eher nicht zu sehr geschnitten sind, nämlich zum Beispiel Aufzeichnung von meinen Streams. Und damit komme ich auch gleich schon zum Thema. Ich streame auch auf Twitch. Ich bin fast jeden Tag live ab 20 Uhr. Findest du mich normalerweise auf Twitch. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Und dort streame ich in der Regel Spiele wie... Sven, könntest du mal kurz? Ich hänge hier vielleicht fest. Bevor der Zug kommt am besten. Der Zug ist unterwegs, der Zug kommt gleich. Der Zug kommt! Beeil dich, Sven! Achtung, geh weg. Oh, der Zug kommt. Ich steck aus. Der Zug kommt. Warte! Ich komme ja schon, ich fliege. Ich glaube es ist 16. Sehe ich das richtig? Da fehlt Öl. Der braucht kein Öl mehr. Gott, verdammt! Jetzt habe ich das abgerissen. Aber ich teste auch andere Spiele aus. Und die Aufzeichnung von diesen Angespielt-Streams findet ihr eben auf meinem Zweitkanal, wo es eher so ungeschnittene Videos gibt. Genau, wenn dir gefällt, was du siehst, egal ob auf Twitch oder auf YouTube, ich würde mich über dein Follow oder über dein Abo freuen. Und schau da auch gerne auf Discord vorbei. Du meine Güte, ich bombardiere dich jetzt gerade voll, oder? Mit lauter Links und Einladung. Schau auf Discord noch vorbei. Dort kannst du mit mir und mit meiner Community sprechen, die übrigens alle richtig, richtig lieb sind und auch gerne Fragen beantworten. Und genau, ich würde sagen, ich freue mich auf dich. Vielleicht sieht man sich in den Kommentaren oder man sieht sich vielleicht auch im Stream. Und bis dann, mach's gut. Tschüss! Tschüss!